Ja, ich bin wirklich ein bunter Mix. Ich bin arabisch-holländisch sowie chinesisch-indonesischer Herkunft. Ich sage dazu immer, I'm the future of globalization. Ich würde schon sagen, dass man in meiner Musik diese Einflüsse irgendwie hört, auch wenn vielleicht nicht bewusst. Dann habe ich eine große Zeit meines Lebens natürlich in Indonesien auch verbracht, weil ich habe dort Familie, ich habe dort viel gespielt. Das beeinflusst mich natürlich. Die Kultur, die Offenheit der Menschen, dieses sich selbst nicht zu ernst nehmen in Indonesien, das ist ganz, ganz stark, finde ich. Und dann natürlich diese Ausbildung, die ich hier in Deutschland gelossen habe, die klassische Grundausbildung, das gründliche Lernen, was man in Deutschland eben mitbekommt von früh an. Und ich bin all diesen Einflüssen sehr, sehr dankbar. Und ich bin all diesen Einflüssen sehr, sehr dankbar.